W.D. Black. Performance Storage. Purpose built for gaming. Drive your game. Du hast Karriere gemacht, wenn du nicht so verpeilt wirst. Komm doch mit uns, Lita. Ei, du hörst einfach nie zu, Dani. Hey, wir müssen los. Ein Boot wartet, Drinks in Mexico. Abendessen in Miami. Garnier. Scheiß Stromausfälle. Zu groß für einen Stromausfall. Du bist bewaffnet? Oje, was ist los? Ich bin dein Mondo. Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Scheiß. Verfickt nochmal. Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Und zwar jetzt. Alejo, nein! Eingezogene müssen sich melden. Scheiß, Castillo! Alejo! Eingezogene müssen sich melden. Helft mit, das Paradies wieder aufzubauen. Dani, wir müssen weg. Antworte mir. Ich fragte, bist du die einzige Überlebende? Ja. Glückspilz. Lita kannte das Risiko. Mehr habt ihr nicht zu sagen? Du bist hier. Das ist, was zählt. Ein Augenblick, Hermana. Ich werde Yara verlassen. Aber du bist in meinem Lager. Ich muss irgendwo unterkommen. Ein paar Tage. Libertad ist nicht die Wohlfahrt, Hermana. Lita sagte, du hilfst mir. Lita sagte auch, du wirst keine Pussy. Komm, die Mierde. Du weißt, ich bin keine Guerriera. Hast du das Lita gesagt? Ich gebe dir Essen, ein Bett, sogar ein scheiß Boot, um zu den Yankees zu fliehen. Doch das kostet dich Kugeln und Blut. Du kannst schießen? Also schieß. Lebe dich ein. Und gib mir Bescheid, sobald du Mieterzahlen willst. Wir sollen Antons Schiffe versenken? Wir sind gottverdammte Fischer. Dann überlass uns einfach dem Tod, Kumpai. Was machst du denn da? Probier's. Macht Spaß. Was willst du? Dass Anton uns von der Stadt aussieht? Ja. Tja. Funktioniert. Ihr habt 20 Minuten, bis Antons Truppen anrücken. Also fangt an zu laufen. Los! Ich sagte, los! Regeln der Guerilla. Von Cortez. Eine Revolution wird nicht von den Furchtlosen gewonnen. Sondern von den Gefürchteten. Was fürchtet Anton Castillo? Freie Wahlen, freie Meinung, freie Parias. Ein Jahr da frei von Castillos. Doch er wird nichts fürchten. Wenn ihr nicht bereit seid, heute für eure Freiheit zu sterben. Nicht es, wenn wir mehr Leute oder Waffen haben heute. Denn heute schlage ich eine Bresche durch Castillos Kriegsschiffe. Ich bin nicht furchtlos. Ich hab ne scheiß Angst. Aber eins verspreche ich euch. Man wird mich fürchten. Viva Libertad. Viva Libertad. Viva Libertad. Ab nach Hause mit euch. Weiß ihr überhaupt, was sie tut? Wen juckt's, Donnie? Sie weiß, was wir brauchen. Ich seh dich vom Himmel aus, Guerriera. Wenn die Torn's jetzt bloß sehen könnte. Sie würde dir Zielen beibringen. Fick dich doch. Bei dir klingt das so einfach, Juan. Wir brauchen Hilfe! Viva Libertad, Dani. Bienvenidos a mi casa. Ah, meine Lieblings-Guerrieras. Ich hab meine Insel vermisst. Heute Abend wird gefeiert. Es tut mir leid, Reffer. Was gibt's? Julio ist noch nicht zurück. Julio hat eingecheckt. Todesbeweis. Er ist bei deiner Freundin Lita im Jenseits. Ich halte meine Versprechen. Du wolltest ein Boot, du hast ein Boot. Es ist ein schwimmendes Stück Scheiße. Würde ich an einen Strand bringen. So einen mit fetten Yankees. Ihr beide lasst mich einfach so gehen? Bullshit. Du hättest uns schon lange verraten können. Meine beste Guerriera. Ich verspreche keinen Sieg noch. Nicht einmal, dass du überlebst. Was ich versprechen kann, du bist. Fortunas Nummer eins. Klappt das immer? 50-50. Das Scheißboot soll vermutlich auf halbem Weg nach Miami ab. Das Scheißboot soll vermutlich auf halbem Weg nach Miami ab. Die ist gut bei mir, Clara. Nicht mein Kampf. Trotz der Tragödie verspricht das Unternehmen, dass der bisher geheim gehaltene neue Park bald eröffnet werden soll. Weitere Meldungen. Der Krieg in Yara ist vorüber. Präsident Anton Castillo verkündete, dass Libertaz-Anführerin Clara Garcia von Spezialkräften getötet wurde. Während die Pandemie die Welt weiter in dem Griff hat, überlegt die Regierung, einen weiteren landesweiten Lockdown zu erlassen. Aber spielen wir doch erst einmal etwas Heiteres. Aber spielen wir doch erst einmal etwas Heiteres. Untertitelung des ZDF für funk, immer noch etwas Heiteres.